als nächstes speichern und dann werde ich wahrscheinlich erst einmal das bright rätsel machen noch mal versuchen lp 059 so und dann werde ich mich in der kanalisation weiter umschauen aus of brights so genau gut da müsste hinter mir zugehen also kann ich theoretisch stehen hier umlegen so so den schlüssel einsacken wenn ich hier drauf trete geht vor mir auf so 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 vielleicht ja da gehe ich in die sackkasse da kann ich so lang gehen kann ich so lang gehen so so maul heavy two handed dingster boomster und ich habe den iron key bekommen wofür auch immer auf jeden fall die waffe sieht cool aus hat ein lockt back als special attack ignores 25 points of enemy armor und wiegt weniger als die hier auf jeden fall spitze das rätsel muss man auf anhieb lösen gut das rätsel ist gelöst ich könnte jetzt hier oben kann ich nichts mehr machen das sehe ich also hier gibt es nichts mehr zum aufdecken das ding kann entfernt werden die stiefel habe ich ja oder ja gut das heißt ich könnte jetzt nochmal speichern aber der kristall wird wahrscheinlich nicht aufgeladen doch er ist aufgeladen sehr schön speichern einfach über das alte drüber weil so viel haben wir ja nicht geschafft so viel was wir falsch machen konnten vor allem ding so und ja hier kommen wir immer noch nicht weiter crystal mines bin mal gespannt für was wir den iron key brauchen weil hier ist nichts von bedeutung was ich sehen könnte ach ja darunter weil hier ist auch nichts nö hier ist nur solches moos nebenbei wir haben wieder pflänzchen bekommen auch und ihr solltet jetzt wieder heiltränk kriegen aber das kann noch ein bisschen warten mit den pilzen immer so eine sache ich habe zwar sehr viele aber ist trotzdem keine schlechte idee aufzupassen damit den bereich da den konnte ich noch gar nicht erkunden hier wäre die short cut also gucken ich glaube ich gucke erstmal wirklich in diese short cut rein äh falscher weg mal wieder da war der rattenboss da war der rattenboss zur exif serve und hier wäre eine short cut ah ja short cut wohin short cut dahin ok einmal getrolt werden so das heißt darüber oh gott fliegen wespen dinger geräucherter seebarsch anti venom mal wieder eins und jetzt bin ich in dem bereich hier ok habe ich schon mal eine fluchtmöglichkeit für mich geöffnet äh hallo nein eure tür ist zu was ist mit eurer tür hier drüben ist auch noch zu also ne entweder gibt es irgendwie einen teleport darüber nachher oder ich weiß auch nicht äh ok und ich höre schon mal das summen ein rätsel folge der leiter äh ok da wäre ein knopf ich glaube ich habe so das gefühl ich muss jetzt darunter okay und sesam öffnet jetzt versuche ich einfach mal hier steht zu bleiben zu warten und zu hoffen dass solche viecher mal kommen wow und sie ganz schön gut mit dem eis zauber wegballern kann wow und mich zurückziehe ich schneller zurückziehe wow wow jetzt habe ich direkt insekten hinter mir also werde ich nicht speichern ey das stört mich nicht beim speichern so unverschämtes pack ok zwei von den insekten schwärmen da drin bin ich schon mal los da hinten werden noch welche kommt hier her ok ok ich bin in einer art wasserreservoir ok hier sind mehr als erwartet Hilfe ich weiß nicht wo die leiter nach oben ist hä ok das ist noch weniger schön ok ne so nicht diese sekten sind so übel ich treffe sie kaum sie greifen so schnell an sie machen zwar mit jedem angriff wenig schaden aber sie treffen immer ok ich bin schon wieder hier ok das nächste mal wenn ich zum blauen kristall unten gehe dann speichere ich da ok kann ja nicht angehen so äh falsche Richtung so den shortcut hatte ich auch noch nicht geöffnet den öffne ich einfach mal so genau hier ist schon wieder der Fisch und das Anti-Venom gut hier ist der Weg zurück und hier ist jede Menge Insektenzeug dahinter das waren glaube ich fünf Schwärme oder so das ist alles so übel ja das ist die Folge der Leiterschriftrolle das bedeutet wir fangen hier an so und hoch okay und du nimmst bitte wieder deine andere Keule so wow das ging jetzt einfach so locken wir sie mal an lasst uns nicht wieder von ihnen einkreisen äh so kommt der nächste Schwarm schon okay jetzt habe ich gerade einen Pfeil ins Wasser geschossen wahrscheinlich wisst ihr was ihr beide tauscht mal du hast eine viel höhere Ausweichschance zaubern so äh so gut dann tauscht ihr beiden mal wieder ich suche mal kurz das Weite also ich speichere und heile mich du kannst ruhig wieder auf deinen Bogen umswitchen übles Insektenviehzeug echt ey ey sorry okay okay